Julian und Leander können sich bei Sturm der Liebe nicht leiden, denn beide sind in Eleni verliebt. Zwar will diese mit Julian glücklich werden, doch ein nächtlicher Traum, den sie mit Leander teilt, gibt ihr zu denken. Als Julian von dieser Verbundenheit erfährt, wächst seine Wut auf seinen Konkurrenten. Und als sich die zwei Männer dann auch noch zufällig begegnen, wird es für Leander richtig gefährlich. Gleichzeitig macht sich Michael Sorgen um Yvonne, weil sich diese weigert, ihren Krebs behandeln zu lassen. Schließlich sieht sie ein, dass sie kämpfen muss, allerdings will sie Erik weiterhin nichts davon erzählen. Ob ihr das gelingt, erfahrt ihr in einer neuen Folge von Sturm der Liebe am Dienstag um 15.10 Uhr in der ARD. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.